Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 ganz einfach das Profilbild bzw. Benutzerbild ändern, aber auch wieder löschen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir links unten auf das Windows Symbol bzw. Start klicken. Danach gehe ich hier hoch zu dem kleinen Icon bzw. Avatar. Da kann ich jetzt nämlich auch nochmal draufklicken und dann hier oben noch auf Kontoeinstellungen ändern gehen. Sofort können wir unser aktuelles Benutzerbild sehen. Das möchte ich jetzt aber ändern, weswegen ich hier unten bei Ihr Bild erstellen zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich mache ein neues Bild mit einer Webcam oder aber ich durchsuche mal meinen PC, was ich jetzt auch machen möchte. Ich habe natürlich schon etwas vorbereitet. Hier ist ein neues Profilbild. Das sollte für die beste Qualität übrigens die Abmessung 448 x 448 Pixel haben und das Dateiformat PNG-Datei. Danach also das Ganze einfach mal auswählen. Hier auf Bild auswählen, noch zur Bestätigung klicken und schon können wir hier oben jetzt gleich erkennen, dass wir unser neues Bild schon drinnen haben. Mein altes Profilbild wurde aber nicht automatisch gelöscht, sondern hier auf der rechten Seite in klein mal noch hinzugefügt. Das hat einfach den Grund, dass ich jederzeit mein Profilbild wieder wechseln kann. Das möchte ich aber nicht haben und ich möchte dieses jetzt komplett löschen, was ich natürlich auch machen werde. Hierfür müssen wir erstmal den Speicherort unserer Profilbilder finden und am leichtesten geht das, wenn ich mal unten bei meinem Explorer dementsprechend draufklicke, dann haben wir hier oben diese entsprechende Zeile und da füge ich jetzt mal einfach einen speziellen Dateipfad ein. Diesen habe ich übrigens auch unter dem Video in der Videobeschreibung hineingepackt. Du kannst ihn also einfach ganz normal kopieren und dann auch hier oben einfügen. Danach das ganze noch mit Enter auf der Tastatur bestätigen und wir sind sofort im entsprechenden Speicherort drinnen und jetzt tue ich einfach mal alle meine Profilbilder hier markieren, klicke die Entfernen-Taste auf meiner Tastatur und somit haben wir auch schon keine Profilbilder hier drinnen. Natürlich hätte ich in meinem Fall das Standardbild und vor allem auch das Katzenbild nicht löschen müssen, doch ich möchte einfach mal zeigen, dass wenn dieser Ordner hier komplett leer ist, wie man dann das Standardbild auch wieder herbekommt. Hierfür muss ich erneut zu den Account-Einstellungen gehen, diese habe ich natürlich im Hintergrund immer noch geöffnet. Wir können auch noch das aktuelle Profilbild sehen, dann hier unten erneut auf Suchen draufklicken und jetzt muss ich hier oben wieder meine Zeile dementsprechend reinklicken, STRG-V mit der Tastatur betätigen, denn diesen zweiten Dateipfad habe ich auch in der Videobeschreibung eingefügt und wenn ich jetzt nämlich mit Enter bestätige, können wir auch schon unsere Standard-Profilbilder sehen. In meinem Fall müssen wir User-PNG auswählen. Dieser ist mit 448x448 Pixel nämlich optimal. Ich klicke also drauf, muss hier unten das Bild noch auswählen und schon können wir sehen, dass jetzt automatisch nämlich hier wieder mein Standard-Profilbild ausgewählt wurde und somit haben wir bei Windows 10 auch schon ganz einfach das Profilbild geändert und natürlich zum Schluss auch noch richtig gelöscht. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehör-Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.